Hallo und herzlich willkommen. Ich werde das erste mal den Gang spielen. Ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht, dabei ist mir das Spiel abgestürzt. Ich weiss aber nicht woran das liegt. Ich werde jetzt noch mal starten und probieren, falls es noch mal abschmiert. Ja, ich hoffe jetzt zwar nicht, ich weiss nicht. Ich mache mal Falsengang. Ich starte direkt. Mal schauen, ob es wieder einen Crash gibt. Keine Ahnung warum. Okay diesmal ist das mir nicht abgestürzt. Ich habe einen Schwerpunkt. Du bist sicher? All right, hooked up and... Dammit. Die Power Gloves actieren. Again? Wie hast du es? Superglue? Superglue? Warum nicht nur Solder es? Weil wir aus Zink für den Alloy auszutauschen. Ich benutze das letzte Rode zu patchen die Hydra Spanners. No Solder rods. No coffee. Only one beer left. I'm sick of having Gruel for lunch. Being poor sucks. All right, here we go. I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. Hey, our dust bunny's tough. If she could talk, she'd say she want us to land and go explore. No, you want us to land so you can go explore. One up to you captain. Since when am I the captain? We took the loan together. You both have to pay the mortgage. Hey, here's something. You feel like analyzing some scan data? That's what we're here for. Scan away. Halt the Q um die Kristallen zu scannen, okay? Just a basic composite of silicate. No energy reading to speak of. So we can't sell it? Not unless you find a million of them. Also, ich werde euch die Sachen natürlich vorlesen. Leuchtende Splitter. Kategorie Mineralis. Zusammensetzung. Dino. Flagellatten oder ach. Dino Flagellatten. Geschätzter Wert. Nicht sonderlich nützlich. Spektralanalyse. Ich habe die Symbole halt einfach. Geschätzter Wert. Eine beeindruckende Kristallformation. Mit einigen bio-luminisierenden Teilchen im Inneren scheint keine nennenswerte Energie abzugeben. Nächstes Upgrade, Benutzereintrag, Bex, Michaela, J. Könnte sonst lesen hier nichts mehr. Ich weiss nicht, soll ich euch ein bisschen den Untertitel grösser machen? Ich weiss nicht, ob das nett oder böse ist. Ich wollte es eben schon lange mal spielen, ich habe es schon mal installiert gehabt, musste es als Platzmangel wieder löschen. Und habe es dann nochmal installiert. Huh, a blob of... Gunk. Yeah, that's an apps name for it. Can you scan it without getting too close? I don't know what's in it. Looks like snot. It is, I don't want to meet the thing that's... Keep your mask on. Seems to be some sort of organic compound. Luckily, I don't think it's not. Think you can use your glove to clean it up? Alright, what do you say, Pumpkin? Can we clean it up? What's up with the radio reception? Reinige die Gegend von Gunk. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich es mal scannen kann. Okay, scannen bringt nichts. Ich absorbiere es jetzt einfach mal. Ah, der Gang küsst übrigens so viel wie Dreck. Aha, was ist jetzt so passiert? Oh! It's beautiful. Interesting is what it is. Give me that data. Scannen die leuchtenden Pfütze. Halt den Kuh, um die leuchtenden Teiche zu scannen. Oh! You sure you didn't get superglue in the scanner? A hundred percent. Why? The pattern kind of looks like the signal we got before, just weaker. If the reading is right? This stuff's got some energy potential. For real? Keep your head screwed on. This puddle's not much to write home about. But if we can find a bigger deposit, I think we should look for a place to land. Sweet. Light the way. Ich lese mal, was da steht. Energiespalt. Kategorie Ausserirdischer. Energie geladene Substanz. Energie. Reich. Geschätzter Wert. Energie. Das Energiemuster ist exakt dasselbe wie jenes, das wir bei unserer Ankunft registriert haben. Nur schwächer. Pflanzen scheinen sich in der Umgebung wohl zu fühlen. Es ist nicht ganz klar wie stabil diese neue Energiequelle ist, aber das müssen wir definitiv genauer untersuchen. Okay. Ich habe da hinten noch etwas gesehen. Ich glaube ich gehe mal da hinten. Oder soll ich hier? Ich habe hier passiert nichts. Das heisst hier kann ich sowieso nicht durch. Dann gehe ich dort hinten durch. Ich habe das geschmeckt. Ich habe das Gerät. Ich habe das Gerät. Ich habe das Gerät. Das ist etwas, das aus unserer Rechung ist. Ansonsten ist es eine Option. Sie sind auf jeden Fall noch cool gemacht. Die Grafik fand ich so niedlich. Ich habe dann gedacht, ich werde es durchspielen. Die Spielzeit beträgt so zwischen 4 und 5 Stunden. Hier drin hat es nochmals so geliebt. Ich scanne das nochmal. Keine Ahnung, vielleicht bringt das etwas. Nein, da steht das genau gleiche. Ja. 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 Aber ich kann sie nicht wegnehmen, bis die Gunk ist weg. Willst du es schlafen? Oh ja. Es wird unser Glück. Es hat ziemlich viel von dem Kleber dort überall. Okay. Hier unten gehe ich noch nicht. Ich mache mal, dass sie landen kann. Ah, so kann man zielen. Okay. Mit der rechten Maustaste und links kann ich zielen. Ich frage mich, wo der ganze Kleber hingeht, ob das neutralisiert wird. Jetzt haben wir da noch einen H-Aufbänder. Woa! Woa! Did you see that? Amazing! What did I even do? Das ist ein Parasit, oder so? Das ist ein Parasit, oder so? Jetzt? Ich dachte, wir können ein paar Explorungen machen. Together? Avoid das Boring-Stuff, du meinst. Nein, ich habe nur gedacht... Ich weiß, Ronny, aber ich muss die Schmerzen erstellen. Look, ich stehe ein Constant-Scan für die Energie-Signal. Warum nicht, du, etwas mehr Gunk und sehen, ob wir es wiederholen können? Okay, wenn du so, Kat. Just be careful. Komm, du schaffst das Lager raus. Okay. Ich spreche mal mit Kurt. Hey, Kurt. You've got to serve. And a good day to you, too, buddy. Upgrade installieren. Ich schau mal. Ein Upgrade verfügbar. Das sind wahrscheinlich die Pflanzen, die sie essen. Nehme ich jetzt einmal an. Das ist der gleiche Entwickler wie SteamWorld oder wie heisst er? Äh, das Spiel meint ich. Jetzt muss ich mal googeln oder nachschauen, wer der Entwickler war. Steamboats Unite. Okay, hier habe ich nur dort Zugriff. Ich weiss nicht, was ich da alles scannen kann. Ah, okay. Check the data for me, please. What's up with your attention span? Are you gonna clean up some gunk? It's really compact. Looks like it could burst any minute. Oh, that sounds like fun. Let's plant it. Mitzelrolle Pilz Zusammensetzung Glucane, Chitin, Glycoproteine Geschätzter Wert Erforschungshelfer In diesem leuchtenden Fruchtkörper ist ein Haufen kinetischer Energie gespeichert Für den kleinen Energiefunken könnte die Spannung auslösen. Sobald eine Knolle entfernt ist, sollte der Stamm sofort eine neue produzieren. Halte, um die Pflanze mit einem Handschuh anzusaugen. Okay, mach ich mal. Ich werde es wirklich brauchen. Sammle Metallrohstoffe Okay. Ich gehe mal dann oben Ich rede mal mit ihr. Und nachher gehe ich dann... Das kann man auch scannen, okay. Königspfanne Pilz Glucane, Chitin, Glycoproteine Nichts sonderlich nützlich Upgrade Freigeschaltet Hydraulische Schiene Ein grosser, durchnäßter Pilz mit einer perlenartigen Oberflächenstruktur die hauptsächlich blaues Licht reflektiert. Bestimmte Insekten scheinen davon angezogen zu werden. Aber das Wasser im Inneren enthält Spuren von Giftstoffen. Lieber nicht das. Ich probiere es mal einzusaugen. Geht nicht, oder? Dann der nächste Patient. Nein, warte, hier. Roters Aftling Nichts sonderlich nützlich Flache, kreisrunde Pilze In Rottönen Die Pilzhüte Wachsen aus einem Stil heraus Das Alter kann also durch die kreisförmigen Markierungen bestimmt werden Durch luftübertragene Sporen Nicht essbar Okay Jetzt rede ich mal mit dir Ich denke, der Bunnie will es hier lieben Es könnte besser sein, ich glaube Ampel Platz Der Boden ist genug stabil genug Ich bin noch nicht glücklich mit dem Blick auf den Berg Aber Komm schon Es wird nicht viel besser als das Wer weiß, was wir finden Hoffentlich die Grunde dieser Energie-Signal Du gehst weiter und weiter über das Land Hier Und jetzt stehst du nur um zu reden und zu reden? Geh an Geh an Geh an Ich bin auf Geh an Geh an Geh an Geh an Geh an Geh an Ich gehe mal da oben Da der Glibberweg Mache Kann ich den Schmetterling auch scannen? Das wird sicher auch irgendwas sein Geh an Geh an Geh an Geh an Okay, hier ist es vielleicht besser. Komm ich da irgendwie hoch? Ich kann mich nicht festhalten, ich laufe mal da rum, mal schauen. Irgendein Aspekt kommt auf jeden Fall, wenn man da saugt. Da gibt es keine Möglichkeit, da rüber zu kommen. Ja gut, ich gehe mal da hinten durch, vielleicht komme ich ja von da oben runter oder so. Ich habe hier eine Sackgasse, da geht es nicht weiter. Also wenn das da alles durchzogen ist, da mit dem Kleber. Ich glaube, ich kann mich wirklich an der Kante rüber. Das Wasser sieht ziemlich schlecht aus. Ich frage mich, wo es geht. Kommt man da rüber? Nein, das ist zu kurz. Okay, hier ist es nicht für euch. Ich probiere übermal zu scannen, vielleicht finde ich etwas Neues. Sammle Materialien ein. Warte, ich scanne das zuerst. Ich bin nicht ganz sicher, was ich schaue. Ist das, was ich brauche? Knoten und Fruchtpilz, Zellulose, Pilzöl. Geschätzter Wert Bau. Eine fruchttragende Pflanze, die Zellulose und ein natürliches Öl enthält. Praktisch zum Herstellen nützlicher Ding. Okay, dann sauge ich das mal ein. Jetzt geht es unter die Erde. Hier scheint es auf jeden Fall Metall zu geben. Spirilit, Imitat. Mineralisch Platin, geschätzter Wert Bau. Ein Verbund aus mehreren Elementen, angeordnet in einer wachsenden, kubischen Kristallstruktur. Das Interessante daran, der Verbund enthält Edelmetalle, die beim Herstellen nützlicher Dinge helfen könnten. Was ist das? Pilz, Glucane, geschätzter Wert, Lichtquelle, Tintenfisch, Laterne. Ein wurmartiger Pilz und Tölenbewohner. All seine Energie kommt aus der Erde. Auf Fotosynthese ist er nicht angewiesen. Ich probiere mal. Kann ich nicht einsaugen? Geht nicht. Kevlar Phasen, Upgrade, Freigeschalt. Mineralisch Titan, Chrom, Vanadium. Bau. Das tiefe Dunkelblau dieses Kristalls bietet einen berauschenden Anblick. Aber noch wichtiger darin finden sich einige wertvolle Metalle, die zum Herstellen nützlicher Dinge geeignet sind. Okay, das hatten wir schon. Das ist das Gleiche. Ja. 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 Was ist das Zeitpunkt an Beta Romulus? Ach, das Vormann nicht sogar hörte. Ich versuchte sie. Das Vormann owes ihr einen Arm. Ich könnte in diesem Schütz-Mine sterben. Aber ich habe dich. Und diese schöne Glocke. Ich habe mich nicht dazu. Das ist sehr gleiche. Oh. Ich habe gemeint, das reicht drüber. Aber anscheinend nicht. Okay, ich probiere es dann auf der anderen Seite. Engelskörnchen. Manose, Glucose, Galaktosebau. Genau die blattartigen Fruchtkörper dieses Rübenpilzes können langen Fasern aufgeteilt werden. Praktisch zum Herstellen nützlicher Dinge. Okay. 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 Das mache ich noch nicht. Ich gehe mal da rüber und schau mal. Aber diesmal muss ich öffnen. Sonst knalle ich wieder runter. Ich habe fast das Metall vergessen. Okay. Okay, Bex. Ich denke, ich habe das, was ich brauche. Okay. Ich gehe zurück. Okay. Hier ist nichts Neues dabei. Nein. Da die grossen Pflanzen scannen geht nicht. Ich frage mich, ob da der Dreck vom Wildram runtergekommen ist. Vielleicht. Ein Metroid oder irgendetwas. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich mit ihr reden kann. Hmm. Ich denke, ich habe alles, was ich brauche, um ein Schlauch zu fixieren. Kurt hat dort in der Halle einfach aus dem Arbeitsplatz. Mit dem kann ich nicht mehr reden. Upgrade installieren, okay. Handschuhgreifer löten. Bestimmte Objekte aufsammentragen oder werfen. Durch professionelles Löten kannst du die Finger deines Handschuhs reparieren. Äh, Upgrade installieren. Möchtest du folgendes installieren? Handschuhgreifer löten. Ja. Ah, here we go. Good as new, Pumpkin. I'll be able to rip up that stubborn alien plant for sure. Stop chatting with your glove and just go pick the damn plant. Pflanze, das Samending, okay. Hier gab es aber noch ein Upgrade. Was ist das? Ne, warte, ich will das zuerst lesen. Noch schneller rennen. Befestige Knie Schienen aussen an deinen Knieschützern für dein eigenes Stück Exoskelett. Okay, das mache ich. Die Sterbigen. Das heisst, jetzt kann ich dann schneller rennen. Mal schauen, ob sie noch was sagt. Okay, die hat nichts mehr zu sagen. Jetzt sauge ich mal das da ein.